Was für ein überragendes Bild, wenn man von hier unten in die Westkurve hineinschaut. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Alle Fans des 1. FC Kaiserslautern heute im Fritz-Walterstadion. Und die Nauheitsgruppe präsentiert die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Hier sind sie, unsere Nenna Hirut. Im Tor, unsere Nummer 1, er trägt die 40, Matteo. Zwei, Boris. Vier, Alex. Fünf, der Käpt'n der Dosen heute, Kevin. Sechs, Higmet. Sieben, Malone. Nieder. Dreizehn, Terence. Neun. Neunzehn, Daniel. Vier, 83. Dreiundzwanzig, Philipp. Hester. Achtundzwanzig, Mike. Hunderlich. Und ihn begrüßen wir ganz besonders, Astrid mit der 38. Nieder. Hie. Auf der Bank, zweit Nummer eins, Kredien. Hatho. Hami. Neun, Murmeth. Sieben. Zehn, Nikolas. Zehn, Fünfter. Fünfter, Maximilian. Hüter. Nächsten, Julian. Hüter. Zwanzig, Dominik. Klaar. Vierundzwanzig, Felix. Zehn, Fünfter. Fünfter, Simon. Zehn, Fünfter. Und mit dem 27 Spiel, Anil. Hüter, Jürgen. Lasst uns gemeinsam angehen. Fritz-Weibers-Stadion auf dem Bettenberg. Sammeln wir alle unsere Energie für unsere Mannschaft, für unser Team, FHFC, Kaiserslautern.